Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Heute begrüße ich alle im Sternzeichen Stiergeborenen. Wir wollen gemeinsam in dem Monat Februar schauen, was ich euch für Botschaften überbringen darf, was ihr vielleicht hinter euch lassen sollt oder auf was ihr euch freuen dürft. Aber wie immer zuvor möchte ich ganz persönlich schauen, was euer Herz, eure Seele guttun würde. Und das mache ich einerseits mit dem Seelenreich-Orakel und später schauen wir noch ins Mond-Orakel. Dann legen wir mal los. Wow, da war Energie dahinter für meine lieben Stiere. Für den Februar. Lebe leicht und spielerisch und höre auf die Stimme deines inneren Kindes. Das ist doch schon mal eine sehr schöne Botschaft für euch für den Februar. Lebe leicht und spielerisch und höre auf die innere Stimme deines Kindes. Ich möchte euch sagen, nehmt alles nicht so schwer und so ernst, was euch im Februar vielleicht begegnen wird. Seht es mit den Augen eines Kindes voller Wunder, voller Freude. Sich nicht zu viele Gedanken machen über das, was eventuell so im Raum steht oder um euch herum geschieht. Ich weiß, das ist im Moment unserer heutigen Zeit schwierig. Man wird mit so vielen negativen Informationen jeden Tag bombardiert, dass es einem schwerfällt, noch das Schöne zu sehen. Aber die Aufforderung an euch tatsächlich für den Februar. Sieht die Wunder, die draußen immer noch da sind. Und wenn es die Vögel sind, die morgens jetzt schon wieder zu zwitschern beginnen. Vielleicht scheint bald die Sonne, vielleicht seht ihr die ersten Knospen irgendwo sprühen. Konzentriert euch auf diese Dinge, auf das Schöne um euch herum und schaltet alles Negative so gut es geht aus. Das ist die erste Botschaft für euch. Und alles etwas spielt. Vielleicht auch mal ein bisschen kindisch zu sein. Warum denn nicht lachen, gackern, singen, ja, die Welt wie ein Kind erleben. Das ist doch, ja, was Schönes, was wir leider verlernt haben, die Welt aus den Augen eines Kindes zu sehen. Jetzt möchte ich noch das Mundorakel für euch befragen. Mal schauen, ob ich den Satz jetzt aussprechen darf. Für meine lieben Stiere im Februar hätte ich gerne eine Karte aus dem Mundorakel. Was darf ich für eine Botschaft, das sind ganz viele, nein. Was darf ich für eine Botschaft überbringen? Was würde Ihnen im Februar denn gut tun? Oder welche Nachricht habt ihr? So, dann schauen wir mal hinein. Zeigt ein wahres Ich. Ja, das ist doch auch eine schöne Botschaft. Und vielleicht schlummert in euch ja auch noch irgendwo, unterdrückt das Kind, das endlich mal rausgelassen werden möchte, ein bisschen verrückt sein. Ist doch egal, was die anderen über einen denken. Solange es einem gut tut und man niemandem schadet, kann man auch ruhig mal ein bisschen verrückt durch die Welt hüpfen. Und ja, die ganze Sache nicht so ernst nehmen. Zeigt dein wahres Ich. Auch eine Botschaft. Verstellt euch nicht mehr und schon gar nicht, um irgendjemandem zu gefallen. Ihr seid so richtig, wie ihr seid. Und wer der Meinung ist, ihr seid zu verrückt oder ihr seid keine Ahnung, was die Leute denken. Abschminken, was soll's. Ihr müsst euch für niemanden verbiegen. Ihr müsst niemanden auf Teufel komm raus gefallen. Das ist so das Schöne, sage ich immer an meinem Alter. Wer mich nicht mag, der soll es bleiben lassen. Ich muss mich nicht mehr verbiegen, um irgendjemandem zu gefallen. Also und das ist so die Botschaft an euch im Februar. Seid authentisch, seid so, wie ihr seid. Denn ihr seid spitze, ganz einfach. Schauen wir mal, was der gute alte Merlin noch zu sagen hat. Die Libelle. Weltenwechsel. Der kleine Feendrache zeigt sich dir, um dich in dein Herz zu führen. Liebe ist der Weg, Liebe ist die Wahrheit. Auf welchen Fahrt du auch immer wanderst, höre auf dein Herz, folge deinem Gefühl. Auch eine sehr schöne Botschaft. Höre auf dein Herz, folge deinem Gefühl. Zeig dein wahres Ich und lass dein inneres Kind wieder einmal heraus. Ja, hört auf euren Bauch, hört auf euer Gefühl, auf die Impulse, die aus dem Unterbewusstsein kommen. Meistens liegen diese nämlich richtig. Das Erste, was einem so in den Kopf schießt, aus dem Bauch heraus, ist meistens auch der richtige Weg. Lernt wieder auf eure innere Stimme zu hören. Lauscht mal in euch hinein. Was habt ihr vielleicht auch in den letzten Wochen unterdrückt? Welches Kind möchte denn vielleicht raus und mal wieder an seinen Träumen, an seinen Wünschen arbeiten? Ich denke, das sind schöne Botschaften für euch. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt schauen wir nämlich, was der Februar noch so für euch parat hat. Da hätte ich gerne drei Karten für meine Stiere. Was darf ich Ihnen erzählen? Was ist im Februar so los? Was sollen sie vielleicht hinter sich lassen? Oder was kommt Schönes auf euch zu? Drei Karten, bitte. Ich kann euch sagen, bei den Skorpionen vorhin sind mir die Karten nur so um die Ohren geflogen. Also da waren ganz schöne Energien am Start. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Tarotkarten sich an den Botschaften der Orakel anschließen. Wir haben einmal die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe, auf der sieht man sehr schön. Da steht eine Frau mit dem Surfbrett, blickt aufs Meer hinaus und wartet eigentlich nur auf die perfekte Welle, um ins Wasser springen zu können. Die Botschaft hieraus ist ganz einfach. Die perfekte Welle wird im Februar auf euch zukommen. In welchem Bereich kriegen wir vielleicht noch raus. Aber seid bereit, ins Wasser zu springen. Denn es wird etwas Schönes auf euch zukommen. Auf jeden Fall. Wir fragen gleich weiter. Dann der Page der Kelche. Der Page der Kelche, zu dem Lass dein Kind hinaus, passt auch wieder. Ja, ich sag's jetzt wie der Arsch auf der Eimer. Der Page der Kelche ist, man sieht es hier auf dem Bild sehr schön. Die Füße nur noch. Der Rest hängt in den Wolken. Ist eine sehr, sehr liebevolle, glückliche Energie. Nimmt die Dinge nicht so ernst. Er hat seinen Spaß, denkt nicht viel drüber nach, was für Konsequenzen jetzt vielleicht im Handeln dahinter stecken. Sehr freundlich, sehr aufgeschlossen, sehr verspielte Energie. Also von daher passt das sehr, sehr gut zu der Orakelkarte vom Seelenreich. Und wir haben hier noch der Acht der Schwerter. Das zeigt mir, dass ihr in den letzten Wochen vielleicht einen inneren Kampf geführt habt. Ein Kampf, wo ihr nicht so richtig wusstet, wie es weitergeht. Das ist ein Kampf, der euch traurig gemacht hat. Ein bisschen schlaflose Nächte vielleicht sogar. Wo ihr zerrissen wart, tausend Stimmen im Kopf hattet und keinen Ausweg gesehen habt. Aber jetzt wollen wir weiterschauen, weil, Gottes Willen, ich sage ja, es geht los wie bei den Skorpionen. Er entschuldigt mich. Schauen wir mal weiter. Natürlich möchte ich Erklärungskarten dazu haben. Für meine lieben Stiere. Aber vielleicht auch deswegen die Botschaft, dass ihr auf euer Herz so hören sollt. Und das innere Kind rauslassen, damit ihr diese Phase in eurem Leben oder was euch da so bedrückt, endlich hinter euch lasst. Und mit der Gewissheit, es kommt etwas Schönes auf euch zu. Und ihr müsst nur warten. Warten und dann kommt der perfekte Moment, wo ihr ins Wasser springen werdet. Und auf den Wellen reiten. Und das ist ja, ich habe es noch nie gemacht, aber es muss ja ein gigantisches Gefühl sein. Also etwas Schönes. Also, ne. Und die Leichtigkeit ist wichtig im Februar, dass ihr eure Leichtigkeit, eure Freude, ja, das Verspielte wieder in euer Leben lässt. Ich hätte gerne noch drei Karten. Sag mal, heute habe ich irgendwie einen Knoten. Drei Karten für meine lieben Stiere. Für den Februar. Was darf ich denn noch erzählen? Kommt immer gleich drei, na dann. Ich habe ja noch drei Karten gefragt. Da will ich immer nicht schimpfen, ne. So. Sehr schön. Jawohl. Gut. Wie gesagt, ich sehe, dass ihr, ja, ein Herzschmerz hattet, in welcher Beziehung der jetzt auch immer sein mag. Ob eine Beziehung zu Bruch gegangen ist, ob ihr einen Menschen verloren habt, ob gewisse Umstände in eurem Leben waren, die euch schlaflose Nächte bereitet haben, die euch traurig gemacht haben. Wo ihr gar nicht mehr sehen konntet, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, dass da noch andere Menschen um euch herum sind, die euch auch die Hand reichen. Und die Karten fordern euch auf, hier ist der Einsiedler gefallen, auch in euch zu gehen, die ganze Sache mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Man sieht es hier auf dem Bild sehr schön. Das Kind schwebt so in der Luft, es geht eine Treppe nach oben in die Berge, was bedeutet, ja, seht die Geschichte oder das, was passiert ist, mal aus einer ganz anderen Perspektive, um, ja, damit abzuschließen, andere Gedanken zu bekommen, vielleicht auch eine neue Sichtweise. Wie könnt ihr weiter voranschreiten, welche Ideen kommen euch denn da, ja, zum Vorschein, denn wir haben als nächstes die sieben der Stäbe und die zeigt mir, ihr werdet wieder in eure Ruhe, in euren Frieden kommen. Ihr werdet Frieden mit euch, vielleicht mit einer anderen Person schließen können und, ja, dadurch wieder euer Selbstwertgefühl, euer Selbstbewusstsein alles erreichen. Ihr werdet wieder in eurer Mitte sein, ihr werdet die Kraft haben, nach vorne zu blicken, was immer ihr geplant habt, mit Zuversicht angehen. Hier haben wir ja den Sprung ins Wasser und ihr werdet auf jeden Fall das, was euch belastet im Februar, hinter euch lassen. Und, ja, helfen wir das euch natürlich, wenn ihr den Ratschlag befolgt und wieder versucht, ja, Freude, Freude zu empfinden und, ja, auf eine spielerische Art wieder ans Leben heranzugehen. Ich bin nicht so ernst und verbissen vielleicht. Ich hätte gerne noch drei Klärungskarten für meine lieben Stiere. Was darf ich noch erzählen? Vielleicht mal was zu dem ins Wasser springen. Was kommt denn auf sie zu? Drei Karten. Also der Einsiedler ist für mich auch immer eine positive Karte. Man kann sie natürlich auch negativ deuten, mit sich zurückziehen. Ich finde, das ist aber immer sehr positiv, weil ich mir selber dann die Chance gebe, mal ganz neutral Dinge zu betrachten, die ich vielleicht ansonsten emotional sehe. Und wenn ich etwas emotional sehe, habe ich meistens nicht wirklich den Durchblick. Und, ja, wenn ich mich zurückziehe, wie die Karte sagt, mal alles von oben betrachte, dann kommen Lösungen tatsächlich auf euch zu. Huch, die hatte ich ja schon umgedreht. Hier unten als Unterseite haben wir die Königin der Münzen. Da sehe ich euch jetzt drin. Wenn ihr als Mann zuschaut, dreht es euch bitte immer um. Gut, was ich sehe, ist, dass da tatsächlich, auch wenn ihr jetzt hier mit den sieben der Stäbe eure Mitte, findet ihr immer noch dieses Gedankenkarussell in eurem Kopf, hat irgendwas ist. Auch im Februar noch, was euch sehr viel Gedankenspiele durchlaufen lässt. Wo ihr das Gefühl habt, man zieht da an mir, man zieht da an mir vielleicht viele Anforderungen von verschiedenen Personen an euch, die euch immer noch Kraft kostet. Aber ich sehe auch weiterhin, die Königin der Schwerter ist gefallen. Und das zeigt mir, dass ihr im Februar tatsächlich zur Königin oder zum König der Schwerter werdet, was eine sehr stabile Energie ist. Ein Mensch, der weiß, was er will, der bereit ist, für das, was er möchte, zu kämpfen. Der nicht drumherum redet, sondern sein Herz tatsächlich auf der Zunge trägt. Entschuldigt, irgendwas kitzelt mich im Hals. Wir haben die Mäßigkeit zwischen den beiden Karten liegen. Die Mäßigkeit zeigt mir, dass ihr einen Ausgleich finden werdet, für euch selber in die Balance zu kommen. Nicht nur euch von diesen vergangenen Dingen den Alltag bestimmen lassen, euer Denken, eure Gefühle bestimmen lassen, sondern tatsächlich die Grätsche schafft, in die Zukunft zu schauen und schön in die Zukunft zu schauen. Also diese traurige Zeit hinter euch zu lassen. Aber ich weiß immer noch nicht, irgendwie kriege ich keine Antwort, was denn da so direkt auf euch zukommt. Es geht mehr in diesem Orakel, habe ich das Gefühl, um euch, dass ihr euren Frieden wiederfindet. Mit euch, mit jemanden, mit irgendwelchen Dingen, die geschehen ist und die Freude am Leben wiederfindet. Ich glaube, das ist im Februar gerade sehr maßgebend für euch. Ich hätte gerne nochmal drei Karten. Ich gebe ja nie so schnell auf. Was darf ich denn noch erzählen? Okay, ein ganzes Bilderbuch, aber wir nehmen sie. Was auf euch zukommt oder was ihr geplant habt, das bleibt mir tatsächlich jetzt im Verborgenen. Ich sehe allerdings, dass ihr bei den zwei der Stäbe schon länger etwas im Visier habt, wo ihr darüber nachdenkt. Und ihr bis jetzt aber noch keine Entscheidung treffen konntet oder sie noch nicht gewagt habt. Man sieht hier schön, hier sind Zeichnungen. Entschuldigt. Der Globus ist hier. Man hat den Stab eigentlich schon in der Hand, um loszugehen. Guckt aber immer so durchs Fenster hinaus. Soll ich, soll ich nicht. Und hier oben bei der Karte mit der Surferin ist ja das Gleiche. Man wartet auf den perfekten Moment. Und ich glaube, das Warten sollte jetzt ein Ende haben. Denn ich sehe, ihr habt um dieses, es gab Kämpfe, es gab Reibereien. Ihr musstet um etwas wirklich kämpfen, was auch euch sehr viel Kraft gekostet hat. Das sehe ich ja in den drei Karten hier. Bei den fünf der Stäbe geht es um, man möchte etwas erreichen. Aber da sind auch immer wieder irgendwelche anderen, die einen wieder runterziehen. Man kommt nicht so wirklich voran. Es ist kein schöner Weg. Aber ich habe hier das Ast der Münzen liegen. Und das Ast der Münzen ist die Chance überhaupt. Ihr werdet also das, was ihr geplant habt, was in eurem Kopf ein Chaos vielleicht verursacht, worüber ihr die ganze Zeit schon nachdenkt und immer noch nicht gestartet seid, umsetzen. Denn das Ast der Münzen zeigt ganz deutlich, dass ihr das, was ihr gesät habt oder das, was ihr euch vorgenommen habt, zu einer, ja, die Ernte einfahren wird. Es wird zum vollen Erfolg werden. Denn man sieht hier auf dem Foto schön oder auf der Karte schön, wie die Münze gehalten wird und unten wachsen kleine Wurzeln raus und oben kommen die ersten Knospen. Also wenn ihr etwas im Petto habt, was ihr machen möchtet und noch nicht gestartet seid, weil ihr vielleicht immer noch nicht wisst, soll ich, soll ich nicht, sagen euch die Karten, legt los. Denn als letzte Karte ist der Wagen. Und der Wagen zeigt immer an. Etwas Schnelles, also etwas kommt sehr schnell in Bewegung. Ihr seht auch, er sitzt oben auf dem Wagen, also sehr abenteuerlustig, prescht er hier voran und ihr werdet voranbrechen. Ihr werdet das, was ihr euch vielleicht erträumt habt, vorantreiben und ihr werdet es mit dem Ast der Münzen auf jeden Fall zum Erfolg führen. Darum hört auf, diese Gedankenspiele zu haben, die ihr hier überall habt, diese schlaflosen Nächte auch. Ihr wisst hundertprozentig, um welches Thema es hier geht, auch wenn ich jetzt keine Liebes- oder Berufskarte oder sonst irgendwas bekommen habe. Hört auf, darüber nachzudenken und zu planen. Marschiert voran. Der Wagen zeigt deutlich an, ihr sollt jetzt Gas geben. Es mit einer kindlichen Leichtigkeit auch sehen. Nicht so verbissen, nicht so beängstigend. Denn ihr werdet es zum Erfolg bringen, euer Projekt. Was immer es auch ist, ob es in der Liebe, im Beruf ist, kann ich euch leider nicht sagen, verraten mir die Karten im heutigen Orakel nicht. Aber die Kernaussage ist definitiv, dreimal legt los. Einmal die Aufforderung ganz sachte hier, wartet den perfekten Moment an. Hier hört auf rauszuschauen, geht nach draußen. Und der Wagen ist also mehr oder weniger der Tritt für euch. Sag ich jetzt mal, jetzt aber zackig. Kommt in Bewegung. Jetzt möchte ich gerne noch wissen, aus dem Orakel des Universums sagt dir, die konkrete Botschaft an euch vom Universum, was ich da euch noch sagen darf. Aber es sind doch schöne Energien. Lasst das Alte hinter euch. Lebt wieder. Seid glücklich, auch wenn es manchmal schwerfällt, das Schöne zu sehen. Aber das ist ja eure Aufgabe im Februar. Ich hätte gerne eine Karte für meine lieben Stiere. Was darf ich für eine Nachricht aus dem Universum überbringen? Eine Karte bitte. Da ist sie. Oh, sogar zwei Nachrichten. Na dann. Während des Tages halte ich immer wieder inne und denke daran, ich bin Liebe und Wunder sind normal. Ja, das Wunder werdet ihr erleben. Ich überlasse mich einer Kraft, die größer ist als ich. Da ist das Vertrauen gefragt. Das Vertrauen, dass alles so geschieht, wie es geschehen soll. Wenn es manchmal auch nicht von uns verstanden wird, warum oder auch ziemlich hart ist. Aber ihr solltet das Vertrauen haben, denn der Februar wird toll. Für das, was ihr euch vornimmt, steht alles unter einem guten Stern. Also legt los. Eine Karte noch. Welcher Engel begleitet euch denn im Februar? Unterstützt euch ist an eurer Seite für meine, da ist er schon, Stiere. Engel des Innerhaltens. Gönne dir eine Auszeit. Du brauchst jetzt viel Ruhe. Ja, gönne dir eine Auszeit. Von diesem ganzen Gedankenchaos. Und ja, gönne dir das Schöne, die Liebe. Das Innerhalten hatten wir hier oben bei der Lebelle auch. Hört auf euer Herz, hört auf eure Impulse. Und dann werdet ihr alles, was ihr euch vorgenommen habt im Februar, auf die Reise bringen und erfolgreich auf jeden Fall beenden. Ich finde, das ist eine schöne Botschaft für euch, Stiere. Im Februar gefällt mir gut. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr nicht genug von mir sehen könnt, drückt die Abo, Glocke, abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns bald wieder. Ich wünsche euch auf diesem Weg viel Licht und Liebe und habt einen wunderschönen Februar. Genießt das Leben, weil wir da aus vollen Zügen. Bis dahin. Tschüss.